Jeder kennt die Indiana Jones Filmtrilogie von Steven Spielberg und George Lucas. Was jedoch kaum jemand weiß, ist, dass Indiana Jones, ähnlich wie das von Lucas geschaffene Star Wars Universum, ein erweitertes Universum besitzt. Das bedeutet, einen Haufen offiziell lizenzierter Bücher, Comics, Videospiele und eine Serie. Die Expanded Adventures, wie es genannt wird, sind technisch gesehen älter als die Filme, da die Romanfassung von Jäger des verlorenen Schatzes von Campbell Black zwei Monate vor dem Kinofilm im Jahre 1981 erschien. 1984 erschien die Romanfassung von Tempel des Todes von James Kahn und 1989 schließlich die Romanfassung von Der letzte Kreuzzug von Rob McGregor. Der Begriff Expanded Adventures erinnert natürlich sofort an Expanded Universe, die Bezeichnung für die offiziell lizenzierten Star Wars Produkte. Und ähnlich wie das Star Wars EU wurden auch die Expanded Adventures vom Lucasfilm Continuity Database Administrator Leland Chee überwacht, um sicherzugehen, dass sich die einzelnen Storys nicht widersprechen. Interessanterweise sind die Expanded Adventures immer noch offiziell Kanon und Teil des Indiana Jones Franchises, anders als das Star Wars Expanded Universe, welches von Disney zwei Jahre nach dem Kauf von Lucasfilm abgesetzt wurde. Das kann sich natürlich noch ändern, sie können die Bücher immer noch in den Müll hauen, falls Indiana Jones 5 tatsächlich gemacht wird. Und nun einige Beispiele, was es so alles gab. Von 1992 bis 1993 gab es die von George Lucas geschaffene Fernsehserie The Young Indiana Jones Chronicles, welche die Abenteuer eines 16-jährigen Indiana Jones zeigten. Nach nur zwei Staffeln wurde die Serie abgesetzt. Jedoch entstanden von 1994 bis 1996 vier Fernsehfilme, die auf der Serie basierten. Von 1991 bis 1995 brachte auch Dark Horse Comics eine Reihe von Indiana Jones Comics heraus. Und ähnlich wie bei Star Wars erschienen ab 1991 originelle Indiana Jones Romane bei Bantam Books, welche allesamt vor der Filmtrilogie spielten. Bis 1999 erschienen dort zwölf Bücher von drei verschiedenen Autoren. Zudem erschienen zwischen 1990 und 1993 acht Romane, die nach dem letzten Film Der letzte Kreuzzug spielen. Und das Geile daran, diese acht Bücher wurden vom deutschen Autor Wolfgang Hohlbein geschrieben und sind nur in Deutschland veröffentlicht worden. Die meines Wissens nach letzten zwei Bücher, die erschienen sind, waren die Romanfassung von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels von James Rowlands in 2008 und ein Prequel-Roman zu eben jenem Film Indiana Jones and the Army of the Dead von Steve Perry im Jahr 2009, welcher jedoch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Als kleine Hilfe, hier ist eine Liste der insgesamt 21 originellen Romane. Jeder dieser Titel beginnt eigentlich mit Indiana Jones und, aber das lasse ich mal weg. Zunächst hätten wir sechs Bücher von Rob McGregor. Zuerst das Orakel von Delphi. Danach der Tanz der Giganten. Danach die Herren der Totenstadt. Darauf folgt das Geheimnis der Arche. Danach das Vermächtnis des Einhorns. Und schließlich die Macht aus dem Dunkel. Darauf folgen zwei Romane von Martin Caden. Die Hyänen des Himmels. Und die Weiße Hexe. Darauf folgen vier Bücher von Max McCoy. Beginnend mit Der Stein der Weisen. Gefolgt von Die Brut des Sauriers. Gefolgt von Das Geheimnis von Thule. Und schließlich Das Geheimnis der Sphinx. Danach kommen die acht Bücher von Wolfgang Hohlbein. Beginnend mit Die gefiederte Schlange. Gefolgt von Das Schiff der Götter. Gefolgt von Das Gold von El Dorado. Gefolgt von Das Schwert des Genghis Khan. Gefolgt von Das Verschwundene Volk. Danach das Geheimnis der Osterinseln. Danach das Erbe von Avalon. Und schließlich Das Labyrinth des Holos. Und schließlich Der einzelne Roman von Steve Perry. Nicht übersetzt ins Deutsche. The Army of the Dead.